Was ist denn das für einer? Francesco de Pazzi finden und tönen. Ja, und ihr steht hier einfach nur rum und macht gar nichts. Oh, plötzlich ist es dunkel. Achso, falsche Richtung. Wir gehen mal Richtung da. Jetzt ist hier die reinste Hölle los. Eben war hier noch Highlight mit Konfetti und jetzt ist hier... ...Mord und Totschlag. So, da müssen wir mal hin. Hey, someone, it's you. So, wo genau ist er denn? Ach, hinter dem Dingens noch. Da ist der Zielort. Wunderbar. Kommt, meine Freunde. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühneraugen. Rosmarin. Und Eigenurin. So, hier gehen wir mal den kurzen Weg. Ich finde das schön, dass man sich hier noch selber heilen muss. Ich habe doch mal auf, mich immer hier töten zu wollen. So, ähm, den Palazzo erklimmen. Können wir... Ne, hier ist eigentlich kein Weg nach oben. Versuchen wir das mal wieder von hinten. Von hinten durch die teile Küche. So, den hat's erwischt. Das ist mir keinen Spaß. Leider ist da oben dieser... ...Dumme. Ah, Mist. Nee, er haut nicht ab, sondern... So, das war leer. Äh, ja. Ich weiß nicht, was jetzt mit den anderen passiert ist. Ach so, da hinten ist noch einer. Oh, der Junge hält sich für einen Schwertkampf, Meister. Du hast also Blut geläht. Meine Männer machen... Er ist Hiebspflicht, ein Gebet, schlucken! Äh, bist du im Himmel? Ich habe ihn! Okay. Dass du ein treuer Diener dieses Hundes, Lorenzo bist. Der Tod wird dein Verloren sein. Da, auf ihn! So, hier bin ich kurz. Das ist eine lange Leitung. Na, wer will von euch? Au! Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Aua! Aua! Sag mal. Bist du des Wahnsinns? Ah, stopp. Ja, natürlich bin ich bewaffnet. Also hier bei jemandem umzubringen. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Räquieszka di pace. Libertà! 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 Popolo e Libertà! 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 Francesco! Libertà! 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 Lebt wohl Francesco. Aber so ihn öffentlich aufzuhängen, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, weiß ich nicht, irgendwie muss man sowas doch nicht machen. Die Republik Florenz, 1478. Wir beginnen, wo alles angefangen hat. Nein, nicht alles, aber ein Teil des Spiels. Lorenzo de' Medici. Als ich sechs Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien. Eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo de Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn sie mit Jacopo arbeiten, waren sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Kodexseite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco di Pazzi. Da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Sehr schön. Damit haben wir dann eine neue Kodexseite. Und ich schaue mal, was wir hier in der Nähe hatten. Jacopo de Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie. Und er führte ihre Bankgeschäfte. Als Geschäftspartner von Lorenzo de Medici hatte er persönlich nichts gegen ihn. Also heuerte er vier Templer-Attentäter an, um die Sache für ihn zu erledigen. Bernardo di Bandino Baroncelli. Er hasste die Medici wegen des Exils seines Cousins. Und führte die Bücher im Tagesgeschäft der Pazzi Bank. Und nachts mordete er für die Templer. Baroncelli führte den ersten Streich aus. Stefano de Bagnone. Bekannt für seine Grausamkeit. Bagnone wurde in Rom zum Templer-Mörder ausgebildet. Und Bagnone war es, der Lorenzo de Medici in den Rücken stach. Antonio Maffei, als Zeuge der Entlassung von Volterra durch die florentinischen Söldner, beschuldigte Maffei Lorenzo. Er trat den Templern bei, um Rache zu finden. Maffei war es, der Lorenzos Kehle durchschnitt. Erzbischof Francesco Salviati. Er war überzeugt, der nächste Erzbischof von Florenz zu werden. Salviati raste, als sich Lorenzo ihm in den Weg stellte. Aber die Templer waren da, um seine Wunden zu heilen. Es war Salviati, der ihre Truppen in die Stadt führte. Die Pazzi-Verschwörer. Dann werden wir uns die mal alle vorknüpfen, ne? Attentats-Missionen sind jetzt verfügbar. Da ist ein Auftragsattentat. Ach, machen wir doch gleich mal. Da können wir doch bestimmt mal was bei lernen. Und vor allem, wie wir hier durch die Menschenmassen kommen. Relativ schnell. Zum Beispiel so. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht... So, da haben wir jetzt einen Gegner vor uns. Das ist aber nicht schlimm, weil wir werden nicht gesucht. Ja, jetzt mal den Weg. Aber muss ja trotzdem nicht unnötig auffallen. So. Ach, das waren diese Taubenverschläge. Da muss ich erstmal oben rauf aufs Dach. Äh... Äh... Tauben, die fliegt in der Luft. Ah, da ist der Taubenschlag. Eine Verschwörung gegen die Nachschublinien von Florenz wurde entdeckt. Beendet sie. Indem ihr den Händler auf dem Marktplatz im Bezirk San Marco eliminiert. Lorenzo. Das machen wir doch. Und schauen mal... Wie einfach das wird. Das trifft sich gut, weil da hinten hatte ich vorhin bei der Pazzi-Mission eine Feder gesehen. Ne, da will ich gar nicht hoch, sondern ich will hier einmal runter. Und dann da wieder hoch. So. Da oben ist sie nämlich auf dem... Ich weiß nicht, wie man das sehen. Ich mach mal kurz die tolle Cam an. Hui, das war aber knapp. Dann holen wir uns nämlich auch gleich die Feder. 14 von 100. Da wird sich unsere Mutter freuen. Und wir gehen jetzt mal weiter. Um dem Händler den Gar auszumachen. Die Truhe haben wir schon geknackt. Öh. So. Nein, nicht da hoch. Ach. Vor allem, er kommt da manchmal nicht hoch. Was ist denn hier los? Ja, ja, ich geh ja gleich runter. Ich bin doch nur auf der Durchreise. Sag mal, was ist denn heute hier los? Können wir spielen, oder was? So. Dann gehen wir hier lieber auf den Boden, sonst fallen wir noch irgendwo runter. So. So. Wo ist er denn? Hier ist er nirgendwo. Ah. Hier irgendwo. Ha. Das Ziel wurde lokalisiert. Und eine ausgewählte, private Kollektion, auf die ich ehemalige Appetit auf neue Dinge habe. Und dann einfach nonchalant. Einfach mal wieder weggehen. So. Und damit haben wir den aus dem Verkehr gezogen. Oh, hier ist die nächste Codex-Seite. Das ist ja... Passt ja wie die Faust aufs Auge. Äh, ja. Schrei doch hier nicht so rum. Da stehen natürlich... Leute. Guten Tag. So. Die Kämpfe machen extrem viel Spaß. So. Mit euch habe ich doch eigentlich gar kein Beef. So. So. Oh. Als würde nach gehts zu sehen. Can you das mal場合 so? Die Kämpfe machen. 50 Prozent auf D Olha. Na. Gefl�m. Der ist wirklich ein Schmerz. tatsächlichen fehler gemacht und zwar angegriffen so das war der na welcher von euch will tut mir leid so damit hätten wir jetzt die nächste kodexzeit und wir werden schon wieder gesucht was nicht unsere schuld ist wir werden stattdessen mal hier ist gleich das nächste attentat und auf dem weg werden wir noch mal ein zettelchen abreißen damit wir nicht in die pedroilie kommen von der wache verfolgen zu werden da ist der nächste taubenschlag irgendwo mal schauen wie elegant wir das diesmal hinkriegen wo letztes mal ja eigentlich schon ganz elegant war gefallene schützen einige bogenschützen der pazzi haben letzte nacht den palazzo della signoria signoria ja signoria angegriffen ich habe sie bis zum knie des flusses im bezirk san marco verfolgt erledigt sie das machen wir ja ja ich bin schon weg wir töten mal die drei bogenschützen weil die nicht netz sind na wir sind hier fast runter gefallen also nicht wir sind nicht fast runter gefallen sondern wir sind runter gefallen aber es hätte ja auch mit schaden enden können und der ist uns erspart gegeben so jetzt hier klettert er mal hoch genau so will ich das haben also man so tut mir leid ich habe das eigentlich nicht gedacht jetzt hängt er da genau an der regenrinne fest und fällt da Gott sei Dank nicht runter oh eine Feder ich werde natürlich nicht leicht von sowas abgelenkt aber man muss ja auch mal da Prioritäten setzen und ein Feder ist natürlich schon mal wichtig so tut mir leid aber ich möchte eigentlich hier zu den Bogenschützen ne ok der guckt jetzt hier in die Richtung ich kenne ihn ich kenne ihn Laju du wirst da komm schon uuuhh einmal mitten ins Gesicht ist natürlich nicht so nett wir durchsuchen ihn mal obwohl er ins Wasser gefallen ist und der nächste ist gleich auf der anderen Seite des Tümpels hier da werden wir doch mal leicht tätig werden kommen wir denn hier irgendwo hoch hier kommen wir nicht mal hoch was ist denn das für eine Frechheit lasst euch nicht weismachen dass dieser Assassine von etwas anderem angetrieben wird als dem Teufel persönlich oh da sind ja zwei Truhen vielleicht ich hatte eben nur eine gesehen aber dafür mehr zwei dann werden wir gleich mal diesen Herold da mal bestechen aber eigentlich würde ich jetzt mal ganz gerne mal wieder ein bisschen weiter nach oben kommen aber hier gibt es keinen Weg nach oben bis auf diese Treppe so das war der ähm wir bestechen ihn mal mit 500 einfach mal nur um es zu zeigen ach jetzt erzählt er nichts mehr so der ist da unterwegs so er quatscht jetzt was anderes und wir haben 6200 Florin in unserer Truhe in der Villa ich kann einmal kurz bei dem guten Mann was einkaufen ja wir wollen die wirklich kaufen schon bald fühlt ihr euch besser ich fühle mich jetzt schon besser und wir werden mal uns aufmachen zur nächsten Mission wenn hier nicht schon gleich das nächste Attentat auf uns lauern würde ähm da ach da stimmt hier waren wir doch schon mal ist doch gar keine 20 Minuten her und wir werden